Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Crypto & More. Heute wieder nur zu zweit. Es hat leider nicht funktioniert, dass wir heute zu dritten Termin finden, aber wir versprechen euch, auf jeden Fall bei der nächsten Aufnahmesession wird auch René wieder dabei sein, nur schon mal so vorneweg. Deswegen heute wieder nur mit Benji am Start. Servus und herzlich Willkommen erstmal. Ja, hallo Manu. Müsst leider wieder nur mit mir vorlieb nehmen. Ich weiß, das ist... Ja, es passt schon. Wir müssen halt für alle Zuschauer da draußen, wir müssen halt auch ein bisschen immer vorproduzieren. Ich meine, jetzt kommt so langsam August, Urlaubszeit geht bei vielen los und sowas. Da müssen wir ein bisschen vorproduzieren, weil dann auch nicht jeder kann, auch wenn man im Endeffekt nur ein Laptop und ein Mikro braucht, aber jedem sei sein Urlaub gegönnt. Bei mir ist es dann auch mal irgendwann soweit. Benji ist vielleicht auch dann mal nicht da. René hat jetzt gerade ein bisschen Urlaub oder ist gerade auch empfangstechnisch, glaube ich, nicht so zu erreichen, was ich da so mitbekommen habe. Er ist teilweise, glaube ich, im Wald oder sowas. Also, keine Ahnung, was er da macht. Ein bisschen Rindenmulch pflücken oder sowas. Weiß ich nicht. Nee, Spaß. Grüße gehen raus auf jeden Fall an René. Genieß deinen Urlaub und komm gesund und munter wieder zurück. Ich glaube, er kommt heute Abend, glaube ich, sogar wieder. Ja, ich habe ja keinen Urlaub. Ich habe ja quasi nur arbeitsfreie Zeit. Stimmt. Ja, also vom Staat finanzierte Zeit. Genau. Von mir ja auch. Also, ich finanziere dir gerade hier deine Freizeit. Sozusagen, ja. Meine Freizeit in Anführungsstrichen. Ja, komm, kann man schon nehmen. Ja, auf jeden Fall, wie ihr seht, wir haben immer noch kein richtiges Intro. Wir hatten gerade vorher schon, ja, fällt dir irgendein Intro ein? Nee, ich glaube, wir lassen das auch einfach. Wir starten einfach immer so, wie wir Bock einfach haben, in diesen Podcast rein. Und ich glaube, bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. Und was ich auf jeden Fall nochmal sagen müsste, Benni, ich habe es dir noch gar nicht gesagt, oder habe ich es in unserer Gruppe schon gesagt? Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Wir haben mittlerweile schon 100 Abonnenten auf diesem Podcast bekommen. Also, vielen, vielen Dank. Oh. Ja, habe ich dir noch echt nicht gesagt, ne? Doch, du hast es mir im Telegramm gesagt, aber... Verdammt. Egal. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank für alle 100 Leute, die hier mittlerweile abonniert haben oder auch schon geliked haben. Freut uns riesig. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für euren Support und auch für eure Vorschläge, die man so immer bekommt oder auch euer Feedback. Und ja, deswegen, heute gibt es ein interessantes Thema, was, glaube ich, viele da draußen interessiert, die vielleicht auch in den Kryptomarkt jetzt erst einsteigen und sich die Frage stellen, kann man mit Krypto eigentlich noch reich werden? Ich schaue mal kurz auf meine nicht vorhandene Rolex. Ne, so weit ist es bei mir auch noch nicht, dass ich jetzt sagen könnte, okay, ich bin jetzt hier reich durch Krypto geworden oder so. Wobei, Rolex ist, fängt bei 6.000 an, ne? Geht eigentlich sogar, ne? Ja, genau. Du bist ja da noch nicht bei Breitling und was gibt, was es da noch so gibt. Also, ich glaube, Rolex ist ja... Rolex ist, glaube ich, sogar noch billig, ne? So im Vergleich. Ja, Rolex ist ja billig, das ist ja nicht, das ist ja noch nicht... Es gibt Marken, die habe ich noch... Also, die Marken, die richtig krassen Marken, die kenne ich gar nicht. Die Namen davon kenne ich gar nicht. Ja, gut, ich glaube, das Nonplusultra ist, glaube ich, eine Richard Miel, die kosten, glaube ich, 1,5 Millionen. Das ist ja mal eine Hausnummer. Ich glaube, wenn du dir so eine leisten kannst, dann bist du reich. Ich war schon länger nicht mehr im Galerie de Lafayette, sorry, also... Ich war da einmal drin, ist schön, aber das war es dann auch. Ja, ich war da auch mal drin, einfach nur so, um zu gucken, ist halt ganz lustig zu sehen, was manche für einen Stift ausgeben. Ja, das ist halt auch immer die Frage, unter was stellst du dir unter Reichtum im Endeffekt auch vor, ne? Ja, was ist Luxus vor allen Dingen? Für mich im Moment ist Luxus, wenn ich mal schlafen kann oder wenn ich mal eine Stunde oder zwei mal für mich habe, wo ich wirklich mal einfach machen kann, wo ich Bock drauf habe, das ist zum Beispiel bei mir im Moment Luxus. Klar kann man sich das auch erkaufen. Ich meine, wir könnten jetzt eine Nanny einstellen, die sich um unser Kind kümmert und dann würde das halt auch einfach nur Geld kosten, dann hätte ich die freie Zeit auch, aber dann hätte ich auch kein Kind in die Welt setzen brauchen, wenn ich mich dann anschließend sowieso nicht um das Kind kümmern will und es nur abgeben will, also, ja. Ja, ähm, das ist jetzt so die Frage, ähm, kann man mit Krypto noch reich werden? War das damals so, wo du in den Kryptomarkt gekommen bist, war das so deine Intuition, sage ich jetzt einfach mal, oder war das auch so ein Leitbegriff, der dich so am Anfang vor allem immer befolgt, so, ah ja, mit Krypto kann man heutzutage noch reich werden, weil mit dem Rest, ja, entweder dauert zu lange oder, und Krypto geht vielleicht schneller? Also, ich glaube, ich habe es in diesem Podcast noch gar nicht erzählt, wie es bei mir so richtig angefangen hat. Ähm, ich hole da jetzt mal ein bisschen zu aus, weil, also, nein, ich erzähle nicht die ganze Geschichte, ich kürze das natürlich ab, es ging aber darum, um deine Frage, und zwar, ähm, war es ja bei mir einfach so, dass ich, äh, damals tatsächlich gedacht habe, scheiße, wie blöd bin ich gewesen, damals nicht Bitcoin gekauft zu haben, weil ich mich an dieses Gespräch in der Pizzeria mit meinen Kollegen bei VW damals noch so eins zu eins daran erinnern konnte, wo der eine Kollege, der schon richtig in Aktien war und auch mit Hebeln und alles gemacht hat, der meinte, oh, Bitcoin ist jetzt bei 600 Dollar, scheiße, jetzt ist es viel zu spät, da einzusteigen. Und dann, keine Ahnung, war er vier Jahre später, war er bei 2000 Dollar, und dann sagten die Leute wieder, ist es viel zu spät, einzusteigen, und vier Jahre später war er bei 60.000 Dollar. Und, ähm, dann habe ich mir irgendwann gedacht, so, weißt du was, bevor du jetzt nochmal vier Jahre wartest und es dann wieder bereust, dass du nicht eingestiegen bist, gehst du jetzt einfach mal rein. Also, das war schon so ein bisschen bei mir der, der, ja, wie soll man es nennen, soll man es FOMO nennen vielleicht? Vielleicht, ja, aber vielleicht einfach nur, weil ich mir jedes Mal den Arsch gebissen habe, weil ich jedes Mal gedacht habe, ja, ähm, jedes Mal heißt es, äh, er geht nicht mehr höher, er geht nicht mehr höher, das ist jetzt schon viel zu teuer, weiter steigt er nicht. Und jedes Mal ist er noch um ein Vielfaches weiter gestiegen, und dann habe ich mir einfach irgendwann gedacht, okay, ich möchte jetzt einfach auch mit dabei sein, falls er weiter steigt. Und, ich meine, klar, äh, ich glaube, worauf wir uns einigen können, ist, man ist durch Krypto noch nie schnell reich geworden. Also, die Leute, die immens reich geworden sind durch Krypto, das sind auch nur welche, die vor, keine Ahnung, die vor zehn Jahren gekauft haben und bis jetzt gehalten haben, die sind jetzt natürlich reich. Aber, ähm, alles dazwischen, also die, die gekauft haben und dann, zum Beispiel, wenn du bei einem Dollar gekauft hast Bitcoin und hast bei 100 Dollar wieder verkauft, dann hast du zwar ein 100x mitgenommen, aber bist nicht unbedingt zwangsweise, zwangsweise reich dadurch geworden, sondern du hast dir dann vielleicht ein geiles Auto gekauft, einen coolen Urlaub dir gegönnt und hast gedacht, ey, geil, nur durch so einen Scheiß, äh, wo keiner gedacht hat, dass das was wird. Aber unbedingt reich, ob du da wirklich reich mitgeworden bist, ist die Frage. Und ich glaube, es gibt wenige eigentlich, und das ist das, was immer so geleugnet wird, es gibt wenige, die wirklich reich geworden sind oder reich werden durch Krypto selbst. Die meisten, die reich werden, werden ja dann dadurch reich, hier wie, 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 also Mo oder MM-Krypto, ich will jetzt nicht zu viel Werbung für solche Leute machen, aber die werden ja eigentlich nur reich, indem sie ihre Zuschauer verarschen. Und indem sie, ähm, ja, indem sie, ja. Ja gut, du wirst halt, ähm, das ist halt so, äh, das Ding als YouTuber, du hast deine Affiliate-Links und so, ist ja jetzt auch nicht unbedingt sowas Verwerfliches, man muss halt damit einigermaßen gut umgehen können. Aber klar, ich würde jetzt auch mal behaupten, es ist ein großer, äh, Ding halt auch, warum, äh, dann halt viele auch YouTuber vor allem dann halt im Endeffekt dadurch auch reich werden oder sowas. Genau, aber das ist ja das Thema, ob man durch Krypto reich werden kann. Und ich, ähm, im Prinzip wollte ich ja nur highlighten, dass viele, die im Krypto-Bereich reich geworden sind, sind nicht durch Krypto selbst, also dadurch, dass sie Kryptos gekauft haben und gehalten haben, reich geworden, sondern eben am Rande durch, durch, keine Ahnung, durch Content-Createn, durch, äh, ihre Analysen-Posten und so. Was, ich, ich sag nicht, dass das was Schlechtes ist oder dass das illegitim ist. Also, wenn man natürlich seine Zuschauer verarscht, dann ist das schon was Schlechtes. Ähm, aber, äh, so durch Krypto selbst reich werden, ich glaub, das werden nur die wenigsten. Und ich glaub, das wird oftmals gar nicht gesehen. Also, ja. Also, du brauchst halt wahrscheinlich einen sehr, sehr langen Atem. Also, wenn ich jetzt mal so vergleiche, gut, du hast, ähm, was hab ich damals gesagt? Ich bin, glaub ich, bei 5 bis 7k ungefähr eingestiegen, ne? Dann hab ich ein 10x mit meiner Anfangsinvestition gemacht. Das war jetzt nicht wirklich viel, aber du steckst ja jetzt auch nicht wirklich viel in Krypto-Anfang rein, ne? Grundsätzlich bin ich wahrscheinlich sogar noch einer der wenigen, der überhaupt, ähm, ja gut, jetzt sind wir bei ungefähr 30k wieder. Jetzt zu behaupten, einer der wenigen, der im Plus ist, ist ein bisschen schwierig. Aber so grundsätzlich, auch wo wir so bei 16 bis 20k waren, würde ich jetzt einfach mal behaupten, war ich immer noch solide im Plus einigermaßen, ne? Ja. Und, äh, das ist ja wenigstens schon mal ein Anfang. Du kannst zumindest dein Kapital auf jeden Fall schon mal vermehren. Das Problem einerseits mit Reichtum ist, wie definierst du Reichtum? Sind Reichtum ist für, frag 10 Leute auf der Straße, du kriegst 10 verschiedene Antworten. Oder so wie ich dich jetzt gefragt hab, für dich ist vielleicht auch Reichtum einfach, vielleicht nicht mehr arbeiten zu müssen oder einfach nur mit deiner Tochter Zeit zu verbringen. oder mehr Zeit zu verbringen, als du sowieso schon hast oder sowas, ne? Da muss man so ein bisschen aufpassen, so mit diesem Begriff halt Reichtum, weil das halt auch ... Ja gut, aber okay, wenn wir da in den Begriff eintauchen, müssen wir aber schon genau sein. Ich hab ja eben von Luxus gesprochen. Luxus ist ja nochmal was anderes als Reichtum. Also, manche Leute definieren ja Luxus durch Reichtum. Also, für den einen ist es Luxus, wenn er, keine Ahnung, mit einem Bugatti durch die Gegend rauschen kann und sich dabei geil fühlt, was, weil alle ihn bewundern. So, das ist für den jetzt Luxus. Für den Nächsten ist es Luxus, wenn er am nächsten Tag genug zu essen hat, weil er, weil er, also, weil er halt unter sehr schwierigen Umständen, äh, gestartet ist. So, für den ist das, wäre das vielleicht schon Luxus. Vielleicht sollte man den Begriff umwandeln in Wohlhaben. Kann man mit Krypto noch wohlhabend werden? Weil das ist dann schon wieder so ein bisschen, wo wir dann schon höher, äh, preisige Segmente, sag ich jetzt einfach mal. Also, reich, reich ist ja, gut, reich ist natürlich auch, äh, relativ immer gesehen. Jemand, du, du wirst kaum einen finden, der von sich selbst sagt, er ist reich. Weil, weil die, die Leute, die aus unserer Sicht reich sind, die bewegen sich in Sphären, ähm, wo, da, die haben halt ein, das nennt man auf Englisch Lifestyle-Creep. Äh, das ist, wenn du mehr Geld hast zur Verfügung, gibst du automatisch in deinem Alltagsleben mehr aus. Weil, du gehst halt öfter vielleicht mal essen. Die Restaurants, in die du gehst, werden ein bisschen teurer, werden ein bisschen, also, das ist nicht... Würde ich vorsichtig sein. Weil, ich, jetzt mal so, von meinem Background, sag ich jetzt einfach mal so, ähm, will ich jetzt mal so ein bisschen vorweg greifen, weil wir auch noch das Thema Frugalismus haben oder Minimalismus, wie man auch so schön sagt. Ähm, du kannst, ich sag jetzt mal so, ich hab mehr Geld zur Verfügung, als ich gearbeitet hab. Also, jetzt, äh, sag ich mal, Fulltime gearbeitet hab, ne. Versuch aber trotzdem dadurch, dass ich zumindest in Ansätzen frugal lebe. Wie gesagt, wir gehen das Thema in einem separaten Podcast nochmal an mit einem, der da viel, viel mehr im Space drin ist als ich noch. Aber, nur weil du mehr Geld hast, musst du nicht unbedingt mehr ausgeben. Das ist, aber das ist dann auch wieder so eine... Nee, 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 nee. So eine Dingssache. Nein, nein, nein. Ach so. Das stimmt, das stimmt. Das kann man nicht so generell sagen. Aber, bei vielen Leuten ist das so. Bei vielen Leuten... Ach so. Also, es gibt diesen Lifestyle-Creep, das hab ich ja eben schon gesagt, Lifestyle-Creep nennt man das. Das ist dieses, du merkst das gar nicht. Also, ähm, dass das bei jedem zwangsweise so sein muss, das sag ich nicht. Natürlich kann man da auch bewusst, ähm, also ich hab zum Beispiel auch kein Problem, ähm, mit... Ich hab mich als Student, äh, lange Zeit hab ich, äh, Spaghetti und noch Ketchup dazu und Würstchen, so. Und dann, äh, und natürlich hab ich ab und zu mal Obst oder so vielleicht, aber so im Grunde war's das. Und dann hab ich mein Internet gehabt und mehr brauchte ich nicht und ich hab bitter, bitter wenig verdient, also mit meinen Nebenjobs. Ich hab auch damals kein BAföG mehr bekommen, also ich musste mir alles selber eigentlich, ähm, bezahlen. Ähm, hatte halt so Nebenjobs und ich hab, äh, im Grunde genommen unter dem Existenzminimum, dem sogenannten Existenz... Also eigentlich dürfte ich gar nicht mehr existieren, ja, weil ich viel weniger verdient habe, als ich, äh, eigentlich als Existenzminimum in Deutschland vorgegeben verdient habe. Und, ähm, das funktioniert alles. Und ich könnte jederzeit eigentlich jetzt als Einzelperson wieder dahin zurück. Aber ich bin mittlerweile verheiratet und ich hab eine Tochter und ich hab, ähm, und ich hab ein Haus, was ich abbezahlen muss, so. Und, ähm, ich hab manchmal einfach auch nicht mehr die Zeit irgendwie, äh, irgendwas... Also ich ständig ungesund kochen, also Spaghetti und Ketchup, das ist schon mal schlecht. Vor allen Dingen, wenn man ein Kind hat, sollte man schon auch mal gesund kochen oder so. Wenn du keine Zeit hast zum Kochen, aber trotzdem was Gesundes willst, musst du schon mal ein bisschen in die Tasche greifen. Das ist ein gewisser Lifestyle-Creep, der kommt, der kommt, deswegen nennt man den auch Creep, du bemerkst es nicht. Wenn du aktiv dagegen steuerst, ne, wenn du jetzt Frugalist bist oder was auch, oder wie auch immer man das jetzt nennt, ich kenn mich mit der Thematik gar nicht aus. Aber wenn du halt aktiv dagegen steuerst und sagst, ey, nee, ich achte jetzt haarklein auf meine Ausgaben, ich hab mir, ich stell mir jetzt, keine Ahnung, nur 10 Euro in der Woche und mehr als 10 Euro pro Woche will ich nicht ausgeben. Und ich muss damit, ich kenne, es gab damals diesen berühmten Typen, der irgendwie einen Euro am Tag oder so, mit einem Euro am Tag, davon konnte der leben. Gut, das geht jetzt wahrscheinlich nach der Inflation auch nicht mehr. Jetzt sind es 1,20. Jetzt sind es 1,20 oder 2 Euro. Aber klar, du kannst, wenn du da aktiv gegensteuerst, kannst du da schon was machen, aber wenn du da nicht aktiv gegensteuerst und das nicht aktiv im Blick hast, dann wirst du, wenn du mehr Geld verdienst, wenn mehr reinkommt, denkst du dir häufiger mal, ach ja komm, man gönnt sich ja sonst nichts. Ich kann ja jetzt auch mal hier das und ich kann ja jetzt auch mal das. Das stimmt. Und deswegen, um mir mal wieder den Bogen zu schlagen, zurück zu unserem eigentlichen Thema, Reichtum und wie, also, ja, das eigentliche Thema ist ja noch, wir sind jetzt eigentlich schon auf einer Meta-Meta-Ebene angekommen. Ja, wir fahren das Thema gerade ganz schön weit auf eigentlich. Wir fahren ganz schön. Überschrift. Ja, ja, das stimmt. Aber wir sind ja jetzt quasi gerade abgetaucht in diesen, wie definiert man Reichtum, aber das ist das, was ich dazu nochmal sagen wollte. Deswegen, jemand, der reich ist, weil er jetzt irgendwie, keine Ahnung, Einkommen von 200.000 Euro im Jahr hat, brutto, also jemand für mich, für mich, jemand, der 200k im Jahr brutto hat, der ist für mich reich. Wenn du zu so jemandem hingehst und den fragst, glaubst du, du bist reich, wird der dir sagen, nö. Weil der hat wahrscheinlich auch ein Haus. Ja, weil es immer reichere Leute auch gibt. Ja, weil es natürlich noch reichere, es gibt ja Leute, die haben, die verdienen im Jahr 10 Millionen oder 20 Millionen, aber wenn du dir mal anguckst, was das Durchschnittseinkommen in Deutschland ist und dann dir einnimmst, ein Single, jetzt nicht als Ehepaar, sondern als Single, 200k im Jahr verdient, auch wenn es nur brutto sind, der ist eigentlich, objektiv gesehen, ist der reich. Aber subjektiv wird der sich selbst wahrscheinlich nicht als reich empfinden, weil der noch ein Auto abzubezahlen hat, der hat noch ein Haus abzubezahlen, der hat noch keine Ahnung, was er da noch alles hat. Und der kommt höchstwahrscheinlich gerade so über die Runden. Also, nicht bei allen, aber es gibt viele, bei denen das so ist. Und deswegen ist Reichtum, ja, aber wir sagen, ich denke, bei dem Thema kann man mit Krypto noch reich werden. Da geht es ja eher wahrscheinlich darum, zu bewerten, also zu beantworten die Frage, ob wenn man, also ob das noch so geht in dem Maße, wie es damals ging, als Bitcoin gerade rauskam. Wenn man sich damals mit Bitcoin hätte eingedeckt, ich habe es mal ausgerechnet, wenn man damals, wo Bitcoin gerade frisch rauskam, hätte man da für 100 Mark, ich glaube, da waren es schon Euro. Warum? So weit ist es auch nicht. Stimmt, so weit war es noch nicht. Also, hätte man damals für 100 Euro Bitcoin gekauft, dann wäre man mittlerweile Multimilliardär. So. Und ich glaube, so ein Sprung, um es mal ganz klar zu sagen, so ein Sprung wird man nicht mehr machen können. Das glaube ich auch nicht. Also, solche Sprünge darf man zumindest jetzt, also vor allem nicht, wenn man, sage ich jetzt mal so, mindestens in die Top 200, 300 Kryptowährungen, weil das ja auch wieder ein bisschen mit Market Cap zusammenhängt, das ist ja, glaube ich, auch immer das, was vor allem, wo ich mir am Anfang auch ein bisschen schwer getan habe, weil ich mir gedacht habe, boah, Bitcoin hat damals 5.000, 7.000 Dollar, Euro, etc. gekostet. Und wenn du dann so, oh, und dann siehst du so, ich glaube, ein Cardano war damals bei 5 Cent. Wie viel ist man jetzt? Jetzt sind wir bei 30. Ja, lass mal einfach jetzt mal, ist so bei 5 Cent, dann denkst du so, ja cool, wenn Cardano mal so viel erreicht wie Bitcoin, dann bin ich reich. Aber das ist dann so dieses Thema, keiner guckt auf die Market Cap und ich habe damals auch gedacht, oh, cool, das ist günstig, boah, das kostet nur 0,1 Cent oder sowas, kauf mal doch da mal rein, bis du da irgendwann mal realisierst. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Erstens kannst du Bitcoin nicht mit anderen Sachen unbedingt vergleichen, zweitens musst du erstmal auf die Market Cap gucken und drittens, was ist das überhaupt für ein Projekt? Nur weil das jetzt so billig ist, entweder hat es keine Gründe, warum es so billig ist, zweitens ist es ein Bärenmarkt, es ist ein Bullenmarkt, drittens, ist es ein Shitcoin oder ist es ein Projekt, wo mehr dahinter ist einfach. Und das sind auch so Fehler, die man halt am Anfang auch nicht machen darf. Aber um wieder halt zurückzukommen, es ist halt, finde ich, deutlich schwerer geworden, einerseits durch diese ganze Dynamik, die wir haben durch, wir haben es jetzt diese Woche, also wenn wir diese Woche diesen Podcast jetzt gerade aufnehmen, BlackRock ETF wurde neu beantragt, die anderen wurden neu beantragt und so, wir sehen halt auch, dass größeres Kapital reinkommt, aber wir brauchen auch größeres Kapital, um die ganzen Märkte überhaupt mal bewegen zu können. Wir vergleichen Bitcoin immer ein bisschen mit Gold. Gold ist ein Billionen-Asset, das bewegt sich zwar auch noch, aber auch nur durch sehr, sehr viel Geld, was da einfach in den Markt fließt, durch Hedgefonds etc. pp. Und diese gehen jetzt gerade erst einmal mit Krypto. Und dann ist halt die Frage, wir haben 20, 22, 23.000 Kryptowährungen. Welche Kryptowährungen oder interessieren überhaupt irgendwelche Kryptowährungen diese Hedgefonds oder diese größeren ETF-Verleger, ne? Ja. Und da, ja? Ja, genau. Ja, also das ist halt einfach, da kannst du besser in Casino gehen und auf Rot setzen. Also da hast du mehr Chancen als bei denen. Ja, zumindest halt auch von diesen 23.000, wir sagen jetzt einfach mal 23.000, weil jeden Tag kommen zig neue Altcoins raus oder Shitcoins. Du musst halt diesen Top-Altcoin oder diesen Top-Low-Cap, ich schlage auch ab und zu mal auf dem Kanal immer mal so ein paar Low-Caps vor, wo ich selber ein bisschen Research betrieben habe, aber auch immer nur mit sehr, sehr wenig Geld, weil das halt auch Risiko dahinter ist. Klar, da sind wir wieder so bei diesen Chancen-Risiko-Verhältnissen. Du kannst, wenn du diesen Top-Low-Cap vielleicht findest, kannst du reich werden ohne Probleme. Aber ich würde niemals diesen Fehler begehen und sagen, boah, wenn ich jetzt hier 100 Euro reinsetze und das Ding macht 100x, habe ich so und so viel Kohle. Ich wette mit dir, du wirst dieses Ding nicht bis 100x halten. Du wirst immer wieder Profite nehmen, was ja auch nicht verkehrt ist. Aber allein schon dieser Gedankengang, jo, das Ding macht 100x, dann bin ich reich und so was. Du wirst diese 100x niemals mitnehmen. Die wirst du nicht mitnehmen, weil dein Kopf irgendwann sagt, oder du hast die Gier, nimmst es wirklich bis zu diesen 100x mit und sagst, boah, nee, der steigt noch weiter und dann ist aber vorbei. Und dann denkst du, oh nee, hätte ich nur und so was. Ja, einfach auch, weil es viel zu viele ... Ach, Mann, guck dir die ganzen Projekte an, Luna und was alles passiert ist mit diesen ganzen Coins. Wenn du ... Das ist einfach eine vernünftige Art und Weise, dein Risiko zu minimieren, vor allen Dingen ein bisschen was mitzunehmen. Klar kann es sein, dass er ein 100x macht, aber das ist einfach nicht mehr garantiert. Das ist nicht mehr ... Die Chance kommt von Tag zu Tag. Gut, das war bei Bitcoin auch nicht garantiert. Das war noch nie garantiert, aber damals gab es halt Bitcoin und das war es. Also ganz am Anfang. Es gab halt nur den einen Coin und der ist nun mal der erste. Und wenn man da eingestiegen ist, dann hat man es richtig gemacht. So, und dann, da gab es nur den einen. Wie du schon sagst, wir reden von 23.000 und es werden täglich mehr. Weil in dem Space so viel Kohle auf der Straße liegt, weil die Leute so blauäugig sind, weil jeder meint, oh, guck mal, da ist ein neues Projekt, die machen was richtig Geiles. Ja, und dann wird es von den USA noch als Wertpapier deklarisiert. Wobei ich da immer noch, ich wurde dafür echt schon angeschnauzt, teilweise unter den Kommentaren. Da muss man schon, ich finde, in so einer gewissen Hinsicht, ich habe es, glaube ich, auch in die Gruppe mal geschrieben, muss man denen schon recht geben, weil hinter fast jedem Altcoin steckt eigentlich eine Firma. Und diese gibt euch Token raus für Anteile an der Firma, weil ihr wettet, das Ding wird durch die Decke gehen. Und somit ist der Vergleich, wenn man jetzt da so Apple und sowas, die Aktien rausgeben, ist halt schon da. Nur, jetzt werde ich bestimmt wieder gehatet da draußen, aber in der Hinsicht muss ich leider der SEC auch mal recht geben. Auch wenn es nur die USA betrifft, das muss man natürlich auch immer dazusehen. Aber dann halt einen von diesen, ich sage jetzt mal, 23.000 Coins halt mal rauszufinden, der halt dann diesen 100x macht, ist verdammt schwer. Und dann halt auch rauszufinden, okay, wirst du dadurch reich? Du kannst, ich würde jetzt einfach mal behaupten, du kannst weiterhin reich werden durch Krypto. Ja, ich meine, wenn du jetzt, also was ist reich? Wenn du da 100 Euro reinsteckst. Okay, wohlhabend. Genau, wenn du da 100 Euro reinsteckst, der macht ein 100x, dann bist du bei 10.000. Oder? Ja. Habe ich mich verrechnet. Ja. So, 10.000, danach bist du nicht reich. Nee. Das ist für mich, also 10.000. Du musst natürlich auch das nötige Kapital haben, ne? Das ist natürlich auch, also, dass du jetzt mit 100 Dollar oder Euro, da musst du schon entweder diesen Coin erzeugt haben, also selber erfunden haben oder ganz, 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 ganz früh in diesem Pre-Sale drin gewesen sein. Ja, oder? Vor allen anderen. Dass du überhaupt die Chance hast, aus seit 100, ne Million zu machen. Weil das ist, glaube ich, viele sagen einfach mal so, die Million und du bist reich. Aber dafür brauchst du halt schon echt ein Projekt. Erstens, was mega abliefert. Zweitens, musst du drin sein. Drittens, musst du, ja, die Haltedauer, also die Ausdauer haben, in das Projekt weiterhin zu glauben halt. Also, den Research, den du da betreiben müsstest, das ist, da kannst, ich meine, das wäre ein Vollzeitjob. Da könntest du halt nichts anderes machen. Und dafür brauchst du erstmal schon ein bisschen Geld in der Hinterhand. Weil sonst, wovon lebst du sonst? Das bezahlt dir ja keiner. Und wenn du dann daneben greifst, dann hast du immer noch kein Geld. Dann musst du weiter Research betreiben. Das ist richtig Aufwand, den du betreiben musst. Und alles andere ist Lottospielen. Und wenn du da größere Beträge dann reinstecken willst, weil du damit reich werden willst. Also, wenn du jetzt... Kann dir die Hose gehen. Genau, wenn du da jetzt 1.000 reinsteckst und der macht ein 100x, dann hast du 100.000. Aber dazu, das garantiert dir ja keiner. Die 1.000 können ja auch weg sein. Das kann ja der nächste Luna sein oder der nächste Titan oder der nächste was auch immer. Es gab so viele... Ich meine, ich bin jetzt noch nicht im Vergleich zu vielen anderen... Ich bin jetzt noch nicht so super lange dabei. Ich bin halt erst seit dem letzten Bullrun 2020 dabei. Es gibt ja welche, die sind seit 2017 oder seit 2013 schon dabei sogar. Ich habe schon so viele Rugpulls in dieser kurzen Zeit erlebt. Also, kurz für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, was ein Rugpull ist. Also, das ist, wenn die Leute halt einfach nur ein Projekt, ein Scheinprojekt erzeugen. Und dann einfach, sobald der Token einen gewissen Kurs erreicht hat, dumpen die ihre Coins. Die, die sie sich initial einfach gut geschrieben haben und saugen den Markt halt leer und holen sich eure komplette Kohle. So, und das ist ein Rugpull. Und ich habe so viele Rugpulls schon zum Glück noch nie selber dabei gewesen, weil ich vorsichtig genug war immer, um sowas zu vermeiden. Aber das ist, das ist einfach der Wahnsinn. Und das kann dir halt ständig bei jedem Coin passieren. Und das kann ja sogar bei Coins passieren. Gut, Luna war jetzt kein Rugpull in dem Sinne. Ich weiß es nicht. Es war, ich glaube, das war so eine Kettenreaktion einfach. Aber es war halt einfach auch, weil das Projekt nicht safe war. Ja. Und alle haben geglaubt, dass es safe sind. Sogar die Research betrieben. Ich meine, ich bin ja keiner, der Research betreibt. Ich habe da keine Zeit für. Ich mache eher TA. Ich habe eher anhand von TA dann irgendwas, irgendwelche Transaktionen getätigt. Aber es gibt ja Leute, die machen gar keine TA. Die machen das nur anhand von Research. Und wir hatten auch damals in der Schlongis-Gruppe genug Leute, die sich gut mit Altcoins auskannten und Research betrieben haben. Also teilweise Leute, die in Bezahltkanälen gewesen sind, die richtig Kohle kosten, um da von deren Research sich das Wissen abzugreifen. Von anderen Leuten, die dann Research für euch machen. Weil das einfach richtig zeitaufwendig ist. Und die haben alle Luna in den Himmel gehoben. Alle, alle durch die Bank weg. Da hat keiner niemals mit gerechnet, dass Luna vor die Hunde geht. Und ja, und das ist trotzdem passiert. Also kann man einfach im Endeffekt sagen, kein Coin ist davor sicher. Weil man am Ende nicht weiß, also ich zumindest nicht, und ich glaube nicht, dass es jemand wirklich weiß, was wirklich, wirklich hinter den Kulissen in dem Projekt, in dem Coin passiert. Zumindest bei den wenigsten, denke ich jetzt einfach mal. Ja. Also alle würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ich sage jetzt mal so, beim Größteil weißt du es einfach nicht, was da im Endeffekt so abläuft oder wie da im Endeffekt so das Ding ist. Um jetzt mal so einen Schlussstrich unter das Thema, weil wir schon wieder echt bei einer langen Folge sind, zu ziehen. Würde ich jetzt einfach sagen, man kann mit sehr, sehr viel Glück reich werden, mit sehr, sehr viel Ausdauer vor allem, denke ich. Also was Haltedauer, Anbehalt und aber auch eine Initiative mit Trading vermischen. Aber das ist nochmal so ein anderes Thema. Das können wir dann vielleicht auch nennen, kann man mit Trading noch reich werden? Vielleicht auch eine gute Folge, ich schreibe es mir dann auf. Mit Trading kann man ja auch, mit Trading könnte man schon immer reich werden, aber das ist eine andere Sache. Nächste Folge. Nee, Spaß. Nee, aber es ist verdammt schwer, nur durch, sage ich jetzt einfach mal, nur durch Kaufen einer Kryptowährung noch reich zu werden, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Es ist verdammt schwer oder es dauert noch ewig. Naja, wir reden in acht Jahren nochmal. Ja, natürlich. Aber das ist dann dieser Effekt mit Haltedauer, das meine ich ja. Du kannst es nicht von heute auf morgen erwarten oder du solltest nicht so in den Markt reinkommen, dass du denkst, hey, ich werde von heute auf morgen reich. Ja, und das ging noch nie. Das ging noch nie. Du bist auch damals nicht von heute auf morgen reich geworden. Wie gesagt, die, die reich geworden sind, die haben alle lange gehalten. Die sind reich geworden. Ja. Deswegen. Man wird das erst mal, eigentlich kann man die Frage erst in acht Jahren beantworten. Hätte man vor acht Jahren mit Krypto noch reich werden können? Ja. Ja. Man weiß das nicht. Man weiß, theoretisch, ja, theoretisch kann Bitcoin noch, wenn man sich das anschaut vom Market Cap, und wenn man anschaut, wo Bitcoin gerade so gerankt ist, wie viel zum Beispiel im Vergleich in Gold drin ist, wie viel Kapital und wie viel in Bitcoin, könnte man theoretisch... Wenn du es hochrechnest, ja. Ja, wenn du es hochrechnest und wenn du sagst, Bitcoin entwickelt sich jetzt weiter so, auch wenn nicht mehr ganz so explosiv, aber weiter kontinuierlich und steigt weiter, es kommt immer mehr Geld rein nach Bitcoin, dann kann man das theoretisch noch werden. Aber das weiß man nicht, ob das... Auch ein Punkt, man weiß es nicht. Ja. Also, grundsätzlich, es geht, aber es müssen einige Faktoren eintreffen und dass diese Faktoren eintreffen, man sollte sich einfach nicht hundertprozentig auf Krypto versteifen. Auch wenn dieser Podcast hier Krypto and More heißt, man sollte es nicht hundertprozentig auf Krypto versteifen und da haben wir letzte Woche ja schon in der letzten Folge was aufgenommen, wo wir uns ja drüber gesprochen haben, wie so ein Musterportfolio oder wie legen wir dann zukünftig Gewinne an. Und das kann man, glaube ich, dann auch gut dazu nehmen, wie viel man überhaupt in Krypto überhaupt halten sollte, beziehungsweise wie man so sein Portfolio ein bisschen durchmischt. Ja, ist und bleibt ein High-Risk-Asset. So sieht es aus. Und das muss man einfach irgendwann akzeptieren oder man ist ein hoffnungsloser Fanboy, das ist auch okay, aber realistisch betrachtet, ist es ein High-Risk-Asset. Richtig. Gut, dann würde ich sagen, wollen wir es nicht unnötig in die Länge ziehen. Wie immer da draußen gerne ein Like da lassen. Ich weiß immer noch nicht, ob man kommentieren kann, ich glaube es nicht. Wenn ihr ein Android-Phone habt, was weniger als Android 10 hat, könnt ihr wahrscheinlich auch diesen Podcast nicht bewerten, ne, Benji? Ja, ich kann ihn nicht bewerten. Ich wollte ihm die Sterne geben, aber... Nee, also wenn ihr ein neueres Handy habt, lasst gerne eine gute Bewertung da einen Kommentar, teilt den Podcast, stellt uns auch gerne in der Gruppe nochmal gerne eure Fragen beziehungsweise eure Podcast-Wünsche. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal für die 100 Abonnenten. Das war's von uns für diese Folge. Wir hören uns da in der nächsten Folge auch wieder, zu zweit wieder. Wieder ein interessantes Thema, werden wir jetzt gleich darauf aufnehmen. Und ja, die letzten Worte gehen wie immer an dich, Benji. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bedanke mich auch nochmal für die 100 Abonnenten. Finde ich cool und ja, wir hören uns nächste Woche. 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 Und ja, wir hören uns nächste Woche.